Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden russische Angriffe in der im Osten gelegenen Region Donetsk zurückgeschlagen. Dies betreffe unter anderem die Städte Bachmut und Avdivka, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Montag in seinem täglichen Lagebericht mit. Dem ukrainischen Militärsanalysten Oleg Starnow zufolge halten die schweren Kämpfe auch in der im Nordosten gelegenen Region Schakiv an. Umkämpft sind demnach Gebiete, die die ukrainischen Truppen im September und Oktober zurückerobert hatten. Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporizhia bleibt indes nach Angaben der von Russland eingesetzten Verwaltung in Enerhoda unter russischer Kontrolle. Die Besatzungsverwaltung in der südukrainischen Stadt, in der das AKW liegt, reagierte damit auf Äußerungen des Chefs des ukrainischen Energieversorgers Energoatom. Dieser hat am Sonntag gesagt, seit einigen Wochen erhalte man Informationen, wonach es Anzeichen dafür gebe, dass sich die russischen Truppen möglicherweise auf einen Rückzug vorbereiten. Er verwies auf russische Medienberichte, in denen eine mögliche Übergabe der Kontrolle über das AKW an die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, als lohnenswert bezeichnet werde. Diese Informationen sind nicht wahr, erklärte dazu die Besatzungsverwaltung auf Telegram. Die Medien verbreiteten die falsche Information, dass Russland angeblich plane, sich aus Enerhoda zurückzuziehen und das AKW zu verlassen. Russland hat das AKW Saporizhia im März unter seine Kontrolle gebracht. Betrieben wird es weiterhin von ukrainischem Personal. SDPC Et bestätigt sie mit der Ant7-Monster-V AGK der Kawerks Vielen Dank.